Pauline war eine kränkliche Frau, eine 23-jährige Frau, hat das gegründet, ohne dass es heute diese Weltkirche nicht geben würde. In einer Welt vor Dunkelheit und Schmerz gabst du uns Liebe und Licht im Herz. Du hast uns gezeigt, wie man mit Liebe Leben verändert. Du bist ein jubel für die Welt. Mit ihrem Herz, mit ihrem großen Herz, Pauline Marie, eine Heldin für die Ewigkeit. Du warst voller Liebe für Gott und die Menschen. Du warst Grenzenlos offen für die Pläne, Jesus. Pauline, Pauline Marie, Pauline Marie, Pauline Marie, oh, Pauline Marie, oh, 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 oh. Deine Seele, dein Geist war rein und voller Licht. In deinem Glauben hast du dein Ziel und Zweck gefunden. Du gabst Hoffnung, den Armen und Schwachen. Du hast die Kranken gestärkt, ey, das hast du gut gemacht. Die Liebe und Gnade von Pauline Marie, wird für immer in unseren Herzen, in unseren Herzen leben. Mit ihrem Herzen, mit ihrem großen Herzen, Pauline Marie, eine Heldin für die Ewigkeit. Du warst voller Liebe für Gott und die Menschen. Du warst Grenzenlos offen für die Pläne, Jesus. Pauline, Pauline Marie, Pauline Marie, Pauline Marie, oh, Pauline Marie, oh. Du gabst Health, Versstadt beulich, bei mir, ach'sst ja José Gelix, aber du testnis auf � configuration. Du gabstiche Innovation als Hoffnung, co meter, dikopen in meinen Herzen, aber du testnis auf die assurd accountable. Du gabstiche hoe mit einem perceptiven positioned, du gabstiche Hilix, bei mir, ach'sst jajekisten, und zin operaologia, bei mir, ach'sst ja voyez believe in mein Herzen, Und sie ist bis heute eine Inspiration und dabei lebt sie in einer Zeit, die sehr ähnlich der unseren ist. Es ist eine Zeit der totalen Zerstörung auch der Kirche.